ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem kleinen info video und zwar geht es einfach mal darum momentan ich habe meinen upload plan so ein bisschen anpassen müssen und zwar da er jetzt hier dune 2000 zu ende gegangen ist habe ich mich dazu entschieden dass ich jetzt meine beiden wochen projekte das heißt montags bis freitags jeweils bohr und parasite eve im wechsel laufen lassen das heißt so von wegen montags mittags und freitags kommt jetzt ab sofort spor da gibt es nämlich auch nachfrage drauf und dienstags donnerstags und sonntags kommt nach wie vor parasite eve 2 so für alle strategie fans unter euch habe ich habe ich auch daran gedacht keine sorge und zwar kommt jetzt ein neues projekt raus und zwar also am kommenden samstag wenn ihr das seht übermorgen oder morgen bin ich mir nicht ganz sicher wann ich das video hochladen werde und ja es kommt empire earth raus leute empire earth richtig gutes spiel für alle strategie fans ein leckerbissen richtig schöner alter klassiker und ja ich habe mich dazu entschieden dass dieses empire earth erst mal samstags rauskommen wird also samstags eine folge ja 45 minuten und ja dann bis dann halt sorry bis parasite eve und spore vorbei ist genau genau und bis dahin wird das empire earth halt am samstag kommen und ja damit die strategie fans unter euch nicht allzu kurz kommen okay ja dann hoffe ich dass euch der neue upload plan so sagt also wie gesagt die uhrzeit bleibt gleich jeden tag 17 uhr auch bei empire earth das samstags kommen wird und ja wenn euch das gefällt finde ich sehr gut und ja dann lass doch mal ein like da würde mich sehr freuen und ja dann würde ich sagen verabschiede ich mich wieder von euch mit dem info video und dann würde ich sagen wünsche ich euch noch einen schönen abend oder schönen tag tschüss tschüss